Dominik hier, moin! Im folgenden Video zeige ich euch, wie ihr eure Synology Diskstation mit DSM updated, also eine neuere Version, draufspielt, automatisch nach Updates suchen lasst und manuell eure Synology Diskstation updatet. Um ein DSM Update eurer Synology Diskstation durchzuführen, also das Betriebssystem auf den neuesten Stand zu bringen, müsst ihr zunächst mal in die Systemsteuerung und hier in den Punkt DSM Aktualisierung. Wie ihr seht, hat nun die Synology Diskstation nach einer aktuellen Version gesucht und die ist heute auf aktuellstem Stand. Ihr seht, das aktuelle DSM-Datum ist der 11.12.12 und ich habe die Version 4.1 mit dem Bild 2668 bei mir drauf. Wenn ihr den Haken regelmäßig nach Updates suchen klickt, dann sucht die Synology Diskstation automatisch nach Updates und ihr bekommt hier oben in den Benachrichtigungen dann einen Hinweis, dass eine aktuellere DSM-Version vorliegt. Wie ich euch bereits am Anfang gesagt habe, betreue ich ja mehrere Synology Diskstations und ich muss sagen, dieses Update hat bisher immer problemlos funktioniert. Das bedeutet, wenn ich von außen über das Internet auf die Synology Diskstation zugreife, die jetzt nicht unmittelbar bei mir greifbar steht, habe ich das Update bereits über das Internet gemacht und wenige Minuten später war sie völlig problemlos wieder erreichbar. Das heißt, ich persönlich habe keine Sorge, aufgrund des, dass die Diskstation so gut funktioniert, das Update auch aus der Ferne über das Internet zu machen. Wenn jetzt keine aktuelle Version vorliegt, ihr aber aus dem Internet eine spezielle Version, zum Beispiel eine Beta-Version installieren möchtet, könnt ihr auch eine manuelle DSM-Aktualisierung durchführen. Achtet drauf, hier ist eine Anmerkung, ein Downgrade der DSM-Version ist nicht möglich und die zu installierende Version muss natürlich demnach neuer sein. Ich möchte jetzt eine manuelle Installation durchführen, denn wie die automatische Installation hier funktioniert, das geht einfach über ein paar Klicks in dem Assistenten. Das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Seid ihr euch bei einem Update einfach unsicher und möchtet wirklich sagen, hey, ich gehe auf Nummer sicher und sichere mir die Systemeinstellungen meiner Synology Diskstation einmal, könnt ihr das natürlich tun. Hierzu gehe ich einmal ins Hauptmenü, wähle Datensicherung und Wiederherstellung und habe hier den Reiter Sicherung der Systemkonfiguration. Hier kann ich den Button Konfiguration sichern klicken, anschließend sagt mir ein Hinweis, was alles gesichert wird und ich klicke dann auf OK. Und die Systemkonfiguration wird mir je nach Browsereinstellung entweder automatisch im Downloadsordner gesichert oder ich kann auswählen, wohin gesichert werden soll. Sollte ein Update schief gehen, was bei mir noch nie vorgekommen ist bei einer Synology Diskstation, könnte ich gegebenenfalls die Konfiguration hier wiederherstellen. Oder ihr tauscht beispielsweise eure Synology Diskstation gegen ein anderes Gerät aus, dann könnt ihr die Konfiguration hier vorher sichern und hier wiederherstellen. Ich klicke also auf Manuelle DSM-Aktualisierung und wähle nun die Datei aus. Ich habe die entsprechende PUT-Datei auf meinem Computer gewählt und klicke nun auf OK. Ihr seht, es wird zunächst geprüft, ob die Datei geeignet ist. Es werden die Programme aktualisiert und im Anschluss die Konfiguration. Ihr könnt bei der ganzen Sache also nur noch zusehen. Nachdem das Update durchgeführt wurde, geschieht ein automatischer Neustart der Synology Diskstation. Achtet drauf, hier Synology DSM 4.1 hatte ich vorher drauf und wir sehen gleich, was für eine Version ich im Anschluss auf meiner Synology Diskstation habe. Nachdem meine Synology Diskstation neu gestartet hat, bekomme ich automatisch wieder das Anmeldefenster und ihr seht hier unten, ich habe jetzt die DSM 4.2 Beta auf meiner Synology Diskstation installiert. So einfach funktioniert das Update des Betriebssystems, also von DSM einer Synology Diskstation. Ich lasse alles auf Automatik, das heißt ich werde benachrichtigt und im Falle einer Aktualisierung lasse ich dies über den Assistenten aktualisieren. Das ist die allereinfachste Variante. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch in meinen Kanal. Dort findet ihr eine Synology Playlist auf der rechten Seite mit sehr vielen weiteren Videos zur Synology Diskstation. Ein Abo wäre super, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und bis zum nächsten Mal. Ciao!